so weiter geht heute mit nature speed wir haben noch eine hetzjagd draußen die ich jetzt machen will machen werde dann noch mal das thema da auch erledigt immer den mclaren diesmal so allerdings dabei ok sechs minuten noch mal zwei das ist das ding mit ein bisschen länger dauert ja gut das ist klar immer mal wieder nach dass wir jetzt ich würde gerne das heute das finale heute zu machen viele rennen dürften sich mehr sein es darf doch hier in seinem netz 22,2 kilometer hat ja wir haben keine möglichkeit irgendwas groß groß zu wehren und ich möchte euch dass wir auch keine cops kriegen da kamen sie gerade ein bisschen oder wartet der gegenverkehr steht der ager hat er noch ernsthaft jetzt habe ich jetzt im königzeit anlegen ohne dass ich mit hilfen arbeiten kann ich da nicht mehr keine lage bin da kann ich gar nicht hier spricht die cifras-county-police halten sie an ich habe kontakt ich bin mir da vermisse ja du gehst mir aus dem nervsten Verdächtiger sind unterwegs, wenn man die Alexa ist, Avenue. Ich will nicht, dass du mir auch Zeit kostest. Ich will nicht, dass der... Verdächtiger hat nicht gerammt. Ich will nicht schreien. Ich wollte dem noch einen mitgeben, also ja, der ist auch nur noch gelb bereit. Der hat sich selber einen mitgegeben und immer gar nicht in das Auto gekracht ist. So, jetzt ist doch mal gut. Weil am dritten, vierten Mark ist der Mann auf dem Sack. Ich hoffe, dass er jetzt Ruhe hat. Dass ich jetzt ein bisschen Ruhe habe. Ja, ich kann nicht jetzt ewig nur Autos wegcrashen. Weil das Rennen sowieso gegessen habe. Ich denke nicht, dass ich das auf den Golf kriege. Wir haben noch immer über zehn, fast elf Kilometer. Und der Böde kann man nicht mehr so viel Zeit mitgenommen. Und ich hoffe, dass es der eine war. Sonst wird es ziemlich heftig. Aber gut, okay. Wie gesagt, wir gehen jetzt zu nahe rein. Es ist jetzt nicht mehr so viel Rennen. Ja, natürlich. Wir haben die Byron hinterher. Ja, du, das ist doch mal klar. Festnahme negativ. Er fährt unbehelligt weiter. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt verändern. Ja, das Problem ist einfach, dass wir gerade bis auf den Sack geht. Aber kostet mir das unnötig Zeit. Ich habe keine Verfassungssichtshof. Ich kann gegen die Typen nichts ausrichten. Ich bin noch vier Kilometer noch. Ich vermute, dass ich jetzt hier... Nagelwald einsatzbereit. Bestätiger einsatzbereit ist Nagelwald an eurer Position. Seid froh, dass ich nichts machen kann. So, du hast jetzt fast kein Leben mehr. Jetzt lass mich in Ruhe einfach. Kommen. Wir sind voll krass. Jetzt kriegst du gleich Jager. Ich bin gerade einsatzbereit. Okay, du willst Du começieren jetzt. Verstehen, lass mich einfach nur in Ruhe. Also mach ich mir mal. Das machst du mich, das machst du mich sauer. Ok, du willst nicht mehr. Ok, du willst mich provozieren jetzt, ne? Verschwindel, lass mich einfach nur in Ruhe. Aber wir haben noch 3,3 Kilometer vor uns. Jetzt hat es erwartet. Das wird jetzt wahrscheinlich aufgrund von uns ein bisschen Glück auf uns gekriegt. Wir haben nur 1,8 Kilometer, wir haben nur 145 Sekunden. Naja, Bronze. Hey, ist das trotzdem geschafft? Ja, dann haben die Aufgaben erreicht. Ja, man geht mir auf den Sack. Gut, es waren nur zwei Wagen, aber ich habe keine Verfrostechnung, ich kann gar nichts machen können. So, wir haben jetzt bald ein neues Level und ein neues Auto. Ich glaube, wir haben nichts mehr so viel, ne? Wir haben eh nicht mehr so viel Fahrer brennen vor uns. Die ist dann halt für Sietoffel. Hier ist noch ein Rennen. Hier sind noch zwei. Meines Erachtens sind es noch vier Rennen oder so. Hier ist auch noch ein Hubsid. Highway Battle. Da ist das Ding. Ja, so viel sind es nicht mehr. Das ist vermutlich. Ja, dann fahren wir das. One Step Ahead. Also wir müssen jetzt eh nach und nach alles wegziehen. Starten wir wieder mit Bugatti Veyron. Und dann hoffe ich, dass wir das Ding jetzt mal zumachen. So, wir haben fünf Lagerbänder, drei Störser, zwei Turbo, drei MP und die ersten drei vor Augen. Zweiter müssen wir werden, damit wir safe auf jeden Fall erstmal die neue, die neue Drager haben. Aber wir haben auch nur fünf Autos insgesamt. Okay. Das heißt, wir müssen Maximum... Wir dürfen eben um zwei Leute auch über uns lassen. Und das hat versucht, was ich muss. Ja, okay. Ich muss natürlich... Na, welch eine Überraschung, dass ich genau die Scheiß mache. Für diese Scheiß Wand rutsche. Ach, leck mich doch, warum sitze ich mich? Ja, damit war's das. Oh, das wird jetzt eine hartische Arbeit, das Ding hier nochmal zuzumachen. Aber das ist Hasi. Der sitzt nämlich schön in den... noch in den, äh... in den gegengesetzten Richtungen. Ich denke mir, ja, da kommst du schon wieder ran. Aber okay. Da kommst du schnell wieder an. Da kommst du schnell wieder an. Ja, okay. Ja. Hier kann ich den Verkehr ran, wer ja an jeder an jeder Rad ist. Zentrale, bitte um Genehmigung für einsatz eines Nadebands. Meine Gruppe Fahrzeuge ist gerade an mir vorbeigerast. Das müssen wir ein... der vorteil ist dass wir wieder dabei sind wir auf drei liegen das war der polo der gambas abgeworfenes nagelwand in eurem bereich entdeckt kein auto das war der viron der bugatti ja das ist so gut also satten lücke wäre links gewesen die war dann doch ich dachte das auto wäre schon weg gewesen war kann die mp take down aber es war so dritter momentan wir haben noch unseren turbo also wir waren reingehauen und das war ein tag diesmal gegen den ball gab die das kostet wieder richtig energie das war hier so damit hat man die bugatti erwischt und den kollegen hier dahinter und den nächsten take down also wir haben da gerade drei autos mitgelaufen ich brauche den rettungsdienst abschlepp sagen momentan nicht verfügbar bitte warten ach leute geht ihr mir auf die mitte da kann aber gerade alles rein das heißt so die neueste so 9,2 kilometer das ist noch ein ticken zu früh um die turbe zu ziehen aber wir kommen gerade so mit der power vorbei auf jeden fall auf jeden fall zehn apollo noch mal gut mitgenommen so 6 km ich hoffe dass ich auch mal gerade ich habe die straßensperregerung zu fesseln ja das war der 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 links der bugatti links und scheiße ich wollte links rum die frage ist wie weit geht das jetzt natürlich noch nach die frage ist wie weit geht das jetzt natürlich noch nach auf 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 4 kilometer nein da kann krisch doch mal viel über die wand damit du ich glaube das war der kopf und alle einheiten straßensperre wir müssen einen anstieg erster glückhaft aber wir haben es sechs minuten 46 wir haben nicht zu viel gebaut aber heute haben es geschafft dass das wichtigste so neuer rang neues auto passt und war jetzt kommen vier millionen geht es dann weiter hoch auf den geht es weiter auf rang 16 gesucht hat drei aber jetzt war gesucht hat zwei so level 15 so da fehler man nicht mehr tatsächlich wieder ein ding auf gut war also kalb mit auf das erste diese vorschau die wir da oben hatten liegt uns das momentan extrem weil wir da fast alles auf gut haben hier ist noch ein rennen bitte was 47,3 kilometer also die farme nicht definitiv nicht jetzt heute dann ist ein bisschen heftig habe ich gerade gesehen ich habe aber okay wir müssen es halt irgendwie versuchen zu schaffen ich habe das noch nicht danach rennen dass wir das so zehnmal fahren müssen weil dann da war okay ja auch befürchtet wir haben es nämlich schon nur noch so kommen wir mal was ich oben noch so haben warum ist noch eins rennen ich würde gerne noch ein der dinge fahren vorher hier ist noch nur für sieht ja dann fahren wir das ding zuerst dann machen wir zumindest hier unten mal zu ja so viel haben wir nicht mehr tatsächlich sind das dann noch zwei rennen oder so und ich bleibe bei meinem bugatti viron irgendwie habe ich gerade ziemlich gut mit der power von dem auto habe ich momentan nicht gut zu tun gut okay fangen wir das durch wir müssen wieder die ersten drei kommen wir haben fünf lage mit dem störse in der hatte drei turbos und für vier mps und haben wir noch in 47 kilometer also weil das wird dann richtig heftig so ist noch mal ein halber wettel jetzt sind fünf autos auf der strecke hier scheint ein rennen zu laufen ich werde versuchen es zu unterbinden noch kann man nicht viel machen nö nö genau kraft mal rein vielleicht sich da in den verkehr rein ist mir ziemlich wörtlich das ist klar dass du mir den wagner vor die nase ranzig werde ich glaube ich komm ich drücke mich mal mit durch nichts was ist denn heute los hier krall da war der mal mit hier hier jetzt richtig erwischt brauchen die vorbreitungskräfte So, ich nehme mal hier die Lücke da mit, damit ich dann... Kein! Keiner! Jetzt! Ich glaub, ich guck immer, dass wir gegen die Tür schauen. Ich hab doch nur getroffen ein bisschen. Aber du musst wollen, das ist einfacher. Da kannst du den, den ich am Eck durchklicken. Du kannst dich am Eck durchklicken. Verkehrsunfall, wiederhole! Verkehrsunfall! Das stimmt, ich hab' ich auch noch. Wir haben ihn verloren! Verdächtiger ist im Turm! Hier ist die Fehlerfassung festgestellt! Ausweichmann übereinleiten! Verdächtiger hat nicht gehamft! EMP Aktiviert, viel guter Spaß! EMP Winsichtspeed! Ja, du reißt... Hier kriegst du aber so hin, dass ich dann an die nächste... An die nächste Wandkraft... Verdächtiger hat einen Unfall! Wiederhole, Verdächtiger hat einen Unfall! Das war auf jeden Fall eine Pizzerstörung, der war den Minimier 4. Und er hat noch einen Tektor von dem Auto und daher. Nehmen wir mal das Lageband weg, was der da runterwerfen will. Ich habe noch einen Stoff, dann gehen wir nicht auf den Sack. Boah, der ist schon mal weg. So, 3,9 Kilometer nach, wir haben noch drei Turbos, den ich aber jetzt nicht zünden kann, ich habe nicht auf den kurvigen Stück hier. Nein, den habe ich aber nicht getroffen eigentlich. Verdächtiger ist bewegungsunfähig. Alle Einheiten, wir messen einen Energieanstieg beim Verdächtigen. Seid vorsichtig. Okay, da hat es auf jeden Fall irgendwie einen Tektorhund. Einheit verloren. Die Beobachtung ist verhübt. Testnahme negativ. Er fährt. Nein. Nein, nein. Ein Kilometer vorm Ziel, da haut er mich weg. Ich hätte das Ding gewonnen. An alle Einheiten, einsatzabbrechen. Ich hätte das Ding so gewonnen, ich hätte das Ding gewonnen. Das wäre zu gewesen, ich wäre mit dem Turbos weg gewesen. Und in dem Moment zieht der mir das Nagelband weg. Och Mann. Da sollen wir doch nicht das Rennen. Scheiß blöder Kopf ey, das Ding wäre erster geworden. Ich habe Sichtkontakt zu einer Gruppe Raser. Ja, es war eine Gruppe Raser. Leck mich doch an den Häusch mit dem Scheiß Kopf, Alter, ne? Bei dem Märchen, man kommt es ganz versäulich. Wer hat es durchgewiesen? Ha, du kleiner Wichser, Alter. Nehmen wir einfach schön mal einen Heck. Nageband einsatzbereit. Bestätiger einsatzbereit ist Nageband an eurer Position. Der geht doch ab, ey. Ja, fuck you, Alter. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich hier noch viel Rennen gerade... ...Genehmigung für Einsatzen eines Nagelbands. Dass ich hier gerade vier Räten ohne Ende drehe, das Rennen ist nicht angegeben. Nagelband einsatzbereit. Ach, fick dich doch, ey. Verdächtige haben nicht gerannt. Ich kriege die ganze Zeit, die Scheißdinger da ab. Ich kriege das Ding nicht getracken. Ich kriege das Ding nicht getracken. Ich kriege das Ding nicht getracken. Die KI kann ja noch immer weiterfahren. Aber wer... Aber ich muss... Ich kriege die ganze Zeit ein, nach, nach. Aber ich muss... Ja, aber folgende Bugatti, der ist fast tot. Wir haben noch 60 Kilometer. Weil die mit meinem Rennverfahren, das wir dann noch scheiß nass... Mit einer scheiß nagebohren... Äh, dann sage ich dann. Hey, du, gehst mir auch, Mann. Richtiges Fahrzeug ist staatbeschädigt. Ich gebe Ihnen jetzt den Rest. Ja, kann ja auch neu fahren, die Scheiße da. Weil ja auch nur auf mich geht. Keiner... Keiner andere. Ja, ich bin letzter. Ich kann nichts machen. KI kann ohne Probleme hier weiter. An aller Einheiten, das Kommunikationssystem ist gestört. Systembetrieb prüfen und bestätigen. Nödelband hat Ziel verfehlt. Nödelband einsatzbereit. Verstöße mir hier. Verschwinde vor mir, Mann. Verdächtiger ist jetzt im Tunnel. Ah, Takedown. Das ist nur ein Takedown. Ja, kommt ja schon da. Verfolgung meines blauen Bugatti. Zentrale bitten um Genehmigung für EMT-Einsatz. Verdächtiger hat die Straßensperrung geraten. Zur Festnahme vorrücken. Dankeschön. Das war der eigene Mann. Verdächtiger wurde festgenommen. Bringt ihn rein zum Verhör. Ja, bringt ihn rein zum Verhör. Geht ja nur auf einen. Geht ja die anderen. Die kann man verhandeln. Den einen muss man kriegen. So kotzen gerade. Ja, du verlierst. Leck mich doch am Arsch, Alter. Sucht euch andere Autos. Da sind vier andere Autos auf der Strecke. Nö, nö. Den einen holen wir uns einfach die ganze Zeit. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.